Richtig, ja. Das wäre auf jeden Fall eine ungründliche Situation geworden. Jetzt sind wir bereit, wir starten in das letzte Match des Loser Brackets, oder zumindest das letzte Best of Three. Auf der blauen Seite haben wir The Dankening, auf der roten Seite die Favoriten, die Abjured, und wir sehen, auf beiden Seiten hier wird im Staff gecrossed. Oh ja, stimmt, das ist das amerikanische Duell. Hier geht es um die Ehre und auch um Geld und um so viel mehr. Ihr wollt euch den Druck, vor allem auf Abjured, gar nicht vorstellen. Auf beiden Seiten wird gecrossed, auf beiden Seiten der erste Cap verhindert. In der Mitte haben wir auch schon das erste One-on-One, also alles sehr, sehr ausgeglichen. Besonders hier in der Mine, das 3 gegen 3, da geht es so ein bisschen um die Action. 3 gegen 3, aber Bob war so viel schneller bei der Mine, dass sie ihn jetzt hier schon auseinandergenommen haben, bevor die Verstärkung überhaupt kam. Was hat da, haben sie da wirklich nochmal gestelft? Das war ein Fehler, sie haben gestelft und engaged. Nein, sie haben ein bisschen gefaltet, so ein klein bisschen sich behackelt beim Durchgang. Und erst Bob-Loss hat einfach durchgelaufen. Okay, ja, irgendjemand muss das ja nicht schon halten, aber das war dann halt ein Fail-Move. Ja, das war ein bisschen overextended dann von ihm. Da kam nicht der Call, dass er sich wieder nach hinten umdrehen soll. Jetzt wurde er rausgenommen, das ist der erste Cap für Abjured, die damit leicht in Führung gehen. Die anderen beiden Punkte halten sich bisher allerdings noch relativ gut. Zuletzt, solange Ozi hier den Punkt wirklich verteidigen kann, bis er sieht das noch sehr, sehr gut aus. Jetzt ist der Respawn auch schon wieder da. Und ja, er macht das einzig richtig, glaube ich, nach dem Respawn. Bob pusht hier durch auf die Mine, bringt sofort den Decap an und zwingt damit, auch so ein bisschen absurd zu reagieren, anstatt zu agieren. Schauen wir gerade einen Survival Ranger und Dagger Dagger E-Match an. Das ist nicht so unterhaltsam, also das Flantrum droppt mit den Bleeding Stacks und irgendwann hat er wieder Water Tunement ready. Aber Ozi Runfin hat jetzt langsam einen Punkt erreicht, an dem es hier nicht so gut geht, hat seine Heil-Ability aber gerade durchbekommen. Das heißt, jetzt regenerieren sich beide wieder hoch. Der eine der Water Tunement, der andere mit seiner Heil-Ability. Das wird hier nie aufhören. Wir haben jetzt auch inzwischen den Cap mit dem Mine vorhanden. Jetzt wird hier hinten verschoben. Mitte gecapt von Abjured, Mine gecapt von Dankening. Jetzt gibt er schon Probleme, da ist nämlich gerade Sub-Cutie aka WTS2B reingejoint und hat ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Jetzt kommt Fetch Run ihm da, ja, weil er sich selber ein bisschen rausziehen muss und Wacky ist halt auch noch da. Richtige Entscheidung, da lieber auf Nummer sicher zu gehen, jetzt vielleicht Nos schnell rauszuholen. Ich muss aber sagen, es war glaube ich eine gute Idee auf Thief zu wechseln da, wenn er das auf demselben Level spielt, weil du hast halt einfach diese Long-Range-Kombo nicht, wenn du deinen Ranger auf Survival packst. Und dann geht wirklich das Potenzial von einem Messor ein bisschen verloren, weil alleine kriegt er wahrscheinlich keinen Daumen. Der Thief hat dann immer noch einfach die unglaubliche Mobility. So und jetzt bin ich gespannt, ob da der Damage auf Nos kommen wird. Sehr schön aus, bis der hat da raus von Sub-Cutie hier. Aber Finsix, Finsix wird als erstes gestormt und das wird der Rally. Er wurde schon vorher gerest. Da war der Rally nicht mehr zwingend notwendig. Nos steht deshalb wieder, wird aber weiterhin unter Druck gesetzt. Er muss noch unter Druck gesetzt werden. Wenn Nos viel Zeit hat, in Ruhe reinkasten kann, in Ruhe Conditions verteilt, dann hast du wirklich ein Problem im Teamfight. Der Fokus stimmt, aber es reicht gerade nicht. Oh, sehr schöner Wurm, der da gezogen wurde. Der Nos geht aber jetzt doch da und da war dann Sub-Cutie dran, heißt WTS-Tübi. Der Stomp auf Nos kommt durch und das bietet natürlich die Möglichkeit, das Match zu gewinnen. Aber es ist halt einfach nur Druck von der Jurt momentan. Die haben den Double Cap. Oh, ja stimmt, die haben den Double Cap. Das ist das Bittere. Was ist genau in der Mine passiert? Ich sehe da immer noch jemanden leben. Auf Five Gorge Gate stand er einfach mit Knockbacks und Co. Loblaw so unter Druck gesetzt zu haben. Bob Loblaw. Dass er hier einfach den Punkt nicht halten konnte. Jetzt kommt natürlich Respawn Nos mit dazu. Das wird unangenehm für den Elementorist. Ich frag mich gerade, was macht Phantorem? Phantorem sollte hier gerade nicht sein. Also ein restliches Team disengaged. Und er disengaged jetzt auch. Die Frage ist, kommt er da noch raus? So was sollte nicht passieren. Da ist chill auf ihm, nein. Er kommt mit Kühle nicht weg. Ich wollte gerade sagen, so was sollte nicht passieren. Und dann Phantorem komplett overextended. Jetzt können sie hier groupen, haben einen Vorteil. Aber Bob an der Mine Down, okay, also doch nicht wirklich den Vorteil. Der wird ähnlich schnell sterben wie Phantorem. Das wird sich ungefähr gleich gehen. Und in der Mitte momentan, Drew Bruntian immer noch aufgehalten. Der wird da gehalten, Osi, ich wollte schon fast Denji. Weil ich da viele E's gesehen habe. Probiert jetzt Sub-Cutie. Naja, probiert keinen sneaky D-Camp. Stattdessen läuft er einfach ins Burning. Das war vielleicht, er hätte vielleicht doch den D-Camp versuchen sollen. Jetzt Magic Toka. Also er will das 101 hier und vor allem halt seinen Kontrahenten, die Kontrahenten direkt rausnehmen. Beide Elementorist jetzt auf Respawn. Treffen die sich sogar unten in der Mitte. Wird das jetzt ein Close-Point-Abtausch? Es sieht so aus. Auf der einen Seite ist es Wusch. Oh nein, aber es wird ein bisschen gepusht. Es wird gepusht. Aber die Reaktion ist, glaube ich, nicht schnell genug. Kam da nicht die Ansage? Den Breeze von hätte er sehen müssen. Eigentlich könnte der Thief schnell genug sein. Aber... Ist er? Wird er das wirklich sein? Ja, ist er. Er sollte mit dem Board locker schaffen. Und das ist dann ein wunderbarer Abtausch. Aber ihr habt die Intuition. Phantorem hätte da nicht für den Abtausch... Obwohl, okay, jetzt hat sich's Ho mit dem Push, haben sie's aber gut geschafft. Ich wollte gerade sagen, logisch, wenn das Equal Match-Ups überall gewesen wären, hätte er da nicht für den Spock gehen sollen, weil halt gerade gepusht wurde. Jurt hat die Spieler von The Dankling in Richtung Hench gepusht, von dem Mid-Fight. Und dann probieren da den Decaps zu landen. Das endet dann nur in einem langen Fight. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, dass halt auf dem Weg zum Erdwerk schon zwei Leute gestorben sind und halt Sub-Cutie alleine nicht viel machen konnte. Jetzt sollte vielleicht hier The Dankling ein bisschen auf Respawn warten. Das ist zwar ein 3-Cap. Oh, das ist ein bitterer 3-Cap, gerade für Absurd hier. Aber jetzt einfach blind alleine reinzurennen, das, was Runtlin hier gerade gegen Wacky macht und auch das, was Loblaw so ein bisschen in der Mitte fabriziert, das hilft nicht wirklich. Osi bezahlt das Ganze schon mit seinem Leben auf halben Wege. Und wenn wir jetzt gleich auf Bob schauen, dann werden wir sehen, drei Leute, die auf ihn pushen. Das wird halt auch kein Vergnügen für ihn. Und sie splitten sich halt jetzt in unterschiedliche Richtungen. Einer ist bereits down, einer ist auf dem Farpoint, einer ist auf dem Midpoint, einer ist auf dem Weg zum Farpoint. Das passt vorne und hinten gerade nicht. Das sind diese Sachen, wo man lieber ein paar Sekunden wartet und dann als Fünf-Mann-Gruppe loszieht, anstatt einfach blind drauf loszurennen. Also The Dankling ist gerade, wie man so schön sagt, all over the place. Oh, nee, Bejuanfern hat übrigens das 1-1-1 gewonnen gegen Wacky. Hier ist gerade nicht mehr wirklich viel Strategie zu sehen, was wir in der letzten Minute gesehen haben. Das waren Leute an Position, wo sie nicht sein sollten. In Engagements, wie du gesagt hast, da hätten sie warten sollen. Das blaue Team hat sich ein Oberungsstum gesetzt. Das Match kannst du schon fast kornen. Das kannst du, kornen. Absurd ist ja einfach so vorne. Haben so ne Kontrolle. Gewinnen die jedes 2v2, 1v1. Obwohl, nein, nicht jedes. Aber die meisten so stark. Sie forsten halt jetzt Überzahlsituation. Das können sie. Das können sie, weil immer mindestens zwei sogar down sind. Jetzt hier gerade. Physix und Euronthian am Fahrpoint. Dann engagen sie zu dritt auf Close. Okay, dann rotiert halt Absurd nach. Hat dann plötzlich vier Leute auf Close. Einen bringen sie schon wieder auf Respawn. Dann kommen erst die anderen beiden wieder. Einer von dem Puscht wieder nach Fahrt und so weiter. Das ist ein Rattenschwanz. Aus dem kommst du nur raus, wenn du dich einmal groupst. Wenn du einmal groupst. Wenn du einmal groupst. Aber es ist zu spät. Wenn sie jetzt groupst, dann haben sie verloren. Es ist so oder so vorbei. Und auch mit Shotcaster Optimismus muss ich an dieser Stelle sagen. Three Cap 400 zu 145 Punkte plus zwei Leute im Tod. Das ist nicht das, wo du noch Optimismus versprühen kannst. Selbst der Shotcaster Optimismus hat seine Grenzen. Das hier war einfach ein klar dominiertes. Und ich muss sagen, es spiegelt halt so ein bisschen die NA-Szene wieder. Aber man sieht halt teilweise auch. Ich glaube, okay, sie haben jetzt was in ihrer Comp geändert. Und Absurd spielt natürlich auch ein bisschen was anderes. Wir haben da Elementalist statt Krieger und DPS Guardian. Statt einem Nekro auf der Seite von Orange Logo. Aber auch wenn Orange Logo gegen Dänkening gewonnen hat, da teilweise am Anfang so eine Performance gegen Orange Logo abzuliefern und dann gegen Absurd, die gerade von Orange Logo rausgeworfen wurden, so eine hinter den Latz zu kriegen, das ist schon überraschend. Und war es der Switch? Ist es einfach das andere Setup? Oder spielt da auch ein bisschen die Psyche mit? Da spielt vor allem, glaube ich, die Psyche mit. Dieses Gefühl, du verlierst jede Woche gegen Absurd. Heute ändert sich nichts. Dann gehst du schon ganz anders ran. Oder dann fängt es halt an zu experimentieren. Was kann ich in meinem Line-Up ändern, um vielleicht zu counteren? Dann spielst du nicht optimale Klassen. Dann probierst du was aus. Aber bei so einer großen Bühne kannst du nicht probieren. Da musst du auf dem Punkt da sein oder nicht. Und sie sind es halt gerade nicht. Und kriegen sie dementsprechend auf den Deckel. Es ist halt einfach. Absurd ist ein Gegner, der ist bei ihm im Vorgarten. Ziemlich. Gegen den spielen sie dauernd. Spielen sie in Team Queue. Spielen in den Tournament. Orange Logo ist dann, glaube ich, eher so ein Team, wo sie vielleicht nicht so viel Erwartung hatten. Was heißt nicht so viel Erwartung? Sie haben natürlich bestimmt ein bisschen die EU-Szene im Auge. Vor allem dieser Konkurrenzgedanke gegen EU. EU und A. Da geht es auch um die Ehre. Das ist natürlich da. Aber es ist halt nicht ein Match-Up, was sie schon zehnmal verloren haben. Richtig. Du mischst die Karten ganz neu, wenn du gegen Orange Logo spielst. Du hast auch nichts zu verlieren, weil du bist eh nur der, in Anführungszeichen, Zweite von den Auge. Und als Zweiter von den Auge kannst du dich nicht blamieren. So sind sie gegen Orange Logo reingegangen. Volle Aggression. Volles Risiko. Und es hat sich zumindest auf Vorfeier voll bezahlt gemacht. Ich würde jetzt, gerade auf dieser Map, auch wenn es Absurd ist, würde ich gerne wieder den DPS Guardian-Wesma switch sehen. Und wir sehen den offensiven Ranger. Wir sehen den offensiven Ranger. Kommt jetzt gleich der Swap? Das ist die Frage, ob jetzt der Swap noch kommt. Oder ob noch was anderes ausprobiert wird. Wer fehlt aktuell im Line-Up? Es fehlt momentan... Wie können wir das jetzt schon erwischen? Oh ja, für 6. Für 6 ist es mal. Okay, ja. Okay, es gibt zumindest den Switch. Wir können jetzt mal in die In-Game-Ansicht wechseln. Es gibt den Switch, die Runtin geht zurück auf den Power Ranger. Gut. Mit Runes Reisenden, Berserker-Amulett, Brotsschwert, Langbogen. Auch wieder hier, die volle offensive Variante. Mit Windnäsen, mit Adlerauge, mit allem drum und dran. Ja, und wir haben... Es sieht nicht so aus, als würde Swap Qt hier auch zurück auf den Mesmer wechseln. Das ist die Frage, ob er das noch will. Das könnte aber ganz gut sein. Ich weiß nicht. Ich würde hier tatsächlich wieder zurück auch auf die Mesmer-Kombo wechseln. So schön auch sneaky schnelle D-Caps mit einem Deep hier sind, ich glaube, die sind es nicht wert im Vergleich zu dem, was wir hatten mit dieser Double Long Range Poke Comp. Jetzt hat Orange Logo schon zugesetzt. Da hast du natürlich einen Wert von, aber kann man da durch den Change wirklich davon ausgehen, dass sie solide die Teamfights gewinnen? Weil das müssen sie machen, wenn sie auf die Combo switchen. Na gut, wenn sie jetzt natürlich... Portal Plays stehen natürlich auch noch zur Verfügung, aber sie müssen die Teamfights solide gewinnen. Ich mag es auch mit Portal Plays auf 4Fire. Portal auf 4Fire ist strong. Ja. Ja, aber das ist... Portal ist immer strong, aber auf 4Fire... Auf 4Fire besonders, halt wegen diesem Lord Rush Potential. Was sie natürlich jetzt für eine Chance haben, ist, dass sie zusammen blitzschnell auf Nos engagen. Zu sagen, im Staff kommt Sub-Cuty und attackiert und hinten dran haut dann halt auf die Entfernung Neurontheon mit dem Longbow und Rapid Fire durch. Da kannst du Nos vergessen, auch mit voller Death Trout und Heal-Ability. Der ist einfach weg. Und das ist natürlich Potential hier. Ich weiß nicht. Für mich ist Sub-Cuty immer ein guter Messmer gewesen und ich hab ihn lieber auf dem Messmer als auf was anderem. Aber er scheint sich confident zu fühlen, denn das Match startet und er sagt sich, ich bleib beim Dieb, ich regel das. Mal schauen, ob er wirklich regelt. Wenn das Ganze hier funktioniert, möglicherweise könnte das jetzt dann doch das Ende von The Dankening sein. Wir sind im Loser-Record-Finale. Der Gewinner wird gegen Orange Logo spielen. Der Verlierer geht nach Hause. Immerhin mit 7500 Euro. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, also wir sehen den Opener hier tatsächlich von The Dankening mit vier Leuten in der Mitte. Das wird für Wacky ein Höllentrip, wobei er kommt bisher noch ganz gut weg. Aber jetzt ist er geschwichte. Wacky raus, die Mitte damit schon relativ früh unter Kontrolle. Das geht jetzt in Richtung Kontrolle. Das ist doch schön. Definitiv etwas, was sie nicht erwartet haben. Aber nee, der Rest wird nichts. Der Damage ist gut. Der kommt, da kann doch noch ein Knockback dazu. Ich hab das gerade auf deinem Bildschirm gesehen, das auch unterhaltsam ist. Ja, das ist richtig. Und Phantoram, wie man es erwartet hätte, ist auf den Pfarr gegangen. Der Kerl ist jetzt auch schon weg. Phantoram verscheucht. Oh, kriegst du sogar da? Er hat Immobilize gefressen. Nicht ganz und da kommt der Power Ranger mit an die Seite. Sie müssen jetzt nur die Mitte defenden, denn da haben wir den Immobilize Off-Point. Und Ozzy, er ist Off-Point gestorben, glaube ich. Nein, warte, da ist noch ein Fuß auf dem Punkt. Nee, er ist auf dem Punkt. Er ist auf dem Punkt. Aber er ist dauernd. Zu lange. Zu lange Off-Point. Der Decap schon raus, das erste Momentum weg. Der probiert jetzt momentan, dann Sub-Cutie durchzugehen und den Decap zu holen. Ich muss aber sagen, das gefällt mir vom Opener. Diese aggressive Weise, diese Do-or-Die-Situation, in die sie da gehen, gefällt mir viel, viel besser bei The Dangling. Physics verschiebt schon mit auf den Quarry, bereitet sich auf den kommenden Fight vor und auch die Mitte halten sie momentan nicht mehr. Nö, so, you run the end. Schon down. Ja, das ist dann halt wiederum der Nachteil. Der Ranger stirbt halt einfach schnell gegen Lost-Cut. Da kann man nicht so viel machen. Wir haben die Mitte jetzt also gecappt für Absurd. Das heißt, es entscheidet sich so ein bisschen, vor allem hier am Quarry, was passiert. Bisher hält Physics das hier ganz gut, zusammen mit Ozzy. Die zwei können sich auch gegenseitig ein bisschen hochholen. Und Subcuting machen so ein bisschen Duell da. Oh, der erste Immobilize, der da reinkommt, als er auf den Punkt geht. Der vier, aber es hat trotzdem mit dem Damage noch ausgereicht, um Physics down zu bekommen. Den Rest kann auch nicht wirklich eingesetzt werden. Haben wir noch eine Battle Standard? Nein, so, die Battle Standard wurde gerade unterbrochen, in dem Moment, wo ich das sage. Sie ist theoretisch jetzt wieder ab, aber nein, da ist Physics bereits down. Die Runkeen ist da, da kommt der Evade, aber Magic Toker ist theoretisch im Target, jetzt wird aber die Mitte einfach, jetzt wird verschoben auf die Mitte. Jetzt wird einfach verschoben auf die Mitte. Sie opfern den Quarry und sagen sich, wir halten, probieren lieber denselben Fight auf der Mitte aus. Keine schlechte Idee, glaube ich. Was natürlich taktisch mit einem Power Ranger auch eine bessere Idee ist. Wir haben Bob Law hier außen und braun. Oh, aber you runned den, jetzt, you runned here und jetzt mit den Stealth Plays hier, aber wacky ist da dran, das sollte es nicht werden. Kriegt den Immobilize nicht drauf. Ne, ganz knapp nicht. Hätt's aber nicht versucht. den D-Cap. Bisher ist Enthänge noch auf, 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 äh, Codown, nicht auf Codown. Hätt er vielleicht machen sollen. Im 1v1 wird das hier nichts. Double Outer Point Cap jetzt für Absurde und jetzt bauen sie so langsam Fahrt auf. Es war noch sehr knapp, aber auch Sie, jetzt ist der D-Cap durch, hier unten auf dem Quarry, durch den Pull von Physix hat er wacky runtergezogen vom Punkt und jetzt kann er Juranthian außen stehen und einfach draufbürsten. Genau das macht er gerade. Da wird Earth Armor gezogen, das sieht schlecht aus. Für Wecky, jetzt ist Magic Torkar an Juranthian dran und es sieht schlecht aus für den Ranger. Das sind halt diese knappen Dinger hier. Aber so langsam hat Im Schurt, glaube ich, den ersten Schock überstanden und sind jetzt in einer relativ guten Position. Ersten wirkt halt gegen so ein gegen Im Schurt so ein bisschen als müssten Sie sich halt wirklich das Herz aus dem Leibe spielen, um auch nur Anhend der Gegend anzukommen und sobald ein Einbruch ist, geht das Ganze halt komplett außer Kontrolle. Ich bin halt wirklich überrascht, wie deutlich der Unterschied ist. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Orange Logo gegen Banking war knapp, Orange Logo schlägt Im Schurt. Der Regel nach müsste das Match also hier noch knapper werden. Wird es aber nicht. Wenn das ganze Leben nur so Steinschere Papier wäre. Ja, dann wären viele Dinge ganz anders. So, Mitte gecapt, Quarry gecapt, jetzt wird hier von Im Schurt schön auch noch verschoben Richtung Waterfall. Also das ist auch hier wieder natürlich sehr, sehr dominant vom amerikanischen Team. Fentrum hält das hier gerade gut im 1 gegen 3. Hat jetzt ein paar Probleme, aber 5 Gage ist da, Nos ist da, hat ein bisschen noch die Möglichkeit sich hochzuheilen. Also solange Fentrum hier steht, wird das sowieso nichts am Waterfall. Ziehen sie sich jetzt raus? Wird der Fight Ihnen mitzuengt? Oh, das war noch die Runtien, der kann jetzt schön weiter draufhalten. Aber der Rest ist zu früh da. Zwei Leute direkt da mit dran. Da hat man den Unterschied gesehen übrigens zwischen im chinesischen Team und im Schurt. Da waren sofort Leute da, um zu resten und der Rest war einfach durch, bevor die Animation ist das wirklich so sneaky. Es ist so sneaky. Das ist ja unglaublich. Fentrum guckt noch einmal in Richtung Waterfall, schaut, was seine Leute da machen und wird einmal von hinten decapped. Decapped auf der Mitte. Jetzt hätte theoretisch jemand vom Blau darauf verschieben müssen. Das war ein bisschen riskant gerade mit dem starken Fight. Sie wollen da erstmal einen Nostdown kriegen und jetzt Subcube sie direkt weiter verschoben auf den Quarry und holt da noch den Full Cap. Das war ein guter Move. Das war ein guter Move und Fentrum glaube ich sich schon ein bisschen zu sichert mit seiner Sache. Ja, das stimmt. Das war wirklich ein bisschen nachlässig von irgendwas. Vielleicht liegt es auch wirklich an der jetzigen Situation, wie viele Punkte hier bereits verspielt wurden oder wie viele Punkte bereits ergreizert wurden fürs rote Team. Das ist auf dieser Map noch möglich und jetzt sind sie gerade in einer super Situation. Der D-Cap auf dem Mid ist wieder da. Da wollen sie jetzt wirklich den Bonus bekommen. Abgezogen von dem Quarry. Also jetzt müssen sie da den Teamfight gewinnen. Aber Teamfights gewinnen ist anscheinend das, was ihnen gegen Absurd am schwersten fällt. Ja, das ist was, wovon sie ganz, ganz weit weg sind. Von dem Teamfight-Win. Rotationsmäßig würde ich behaupten, Dankling ist denen überlegen. Pantoram, äh, Pantoram. Absurd macht das hier gerade einfach Brute-Force-mäßig. Die gehen mit dem Kopf durch die Wand und machen sie einfach. Ja, gut, aber es funktioniert halt. Vor allem gegen The Dankling gerade. Jetzt hat die Frage, wo setzt man an? Eigentlich müsste man irgendwie hinter dem, hinten am Quarry ansetzen. Wird angeschlossen, aber fast nach dem League-Cave auf dem Waterfall. Oh, wenn jetzt Rumphin da ein bisschen Burst auf Magic-Toker bekommt, wie gesagt, einfach reinbursten in das, in das Shadow Refuge. Er war gerade auf Longs, auf The Greatsword. Schade. Ansonsten mit der 5-Valibility vom Bogen kann man halt Diebe im General Refuge stürten. Die gesamte Seite von Absurd mit relativ wenig HP. 5-Gouch und Magic-Toker. Magic-Toker natürlich das Prime-Target. Zweite Downstate. Noss wird im Leben nicht wieder aufstehen. Magic-Toker wahrscheinlich auch nicht. Das sieht aus, als könnten sie hier wirklich glatt Kontrolle über die Mitte bekommen. Wir sehen, dass die Leute sich so ein bisschen zurückziehen. Da wird probiert, Leute vom Mid-Fight zu pullen, aber nur Wecky auf den Punkt wird nicht genug sein, sobald da wieder jemand hinkommt und Fantram fasst noch Down. Zwei Leute auf der Jagd für 6 mit dem CC und dann muss natürlich Sub-Q-Team mit dem Damage da kommen. Wer Sub-Q-Team gerade drauf geblieben hätte, der dann den Nobileist den Kill bekommt. Warum geht er da nicht hinterher? Fantram jetzt Down zu bekommen, wäre ein wichtiger, wichtiger Mug. Sie wollen Wecky, aber jetzt, weil sie gerade Fantram nicht gekillt haben, kommt Fantram da gleich in die Mitte. Obwohl, tut er das? Nein, tut er nicht. Er wird gut gezoned. Wer auch nicht. die brillantischste Idee gewesen wäre. Aber probiert er es ja vorstehen. Da, wo er jetzt gerade ist, ist auch nicht die brillantischste Idee. Nee, ich wundere mich halt auch, dass er sich da nicht einfach zurückzieht und hintenrum probiert, mit seinem Team zu engagen. Und jetzt, das ist ein guter Move, obwohl Bob Down ist. Bob ist jetzt liegen gelassen an der Seite, aber jetzt Nos, der Punkt ist nicht ganz gecapped. Aber Nos hat theoretisch den 4-Vorteil da, er wird auch direkt hardcore engagen auf Jurontien in dem 1v1-Z Ich hätte da sogar an Bobs Stelle vielleicht sogar versucht, mich selbst hochzuressen. Eigentlich haben die keine Zeit, sich gerade um ihn zu kümmern. Ja, aber sehr riskant das. Ich glaube, er hätte das aus der Position zu schaffen können. Und sie sind wieder unter 100 Punkte Führung. Also da arbeiten sie gerade hin. Jetzt kommt Subcutie mit dazu. Subcutie, der kann auf jeden Fall das 1v1, was sowieso sehr gut aussieht für Jurontien. Ja, deswegen dreht er auch gerade wieder um. Hat gerade den Call bekommen, brauchte ich nicht. Läuft. Läuft, ja. Jetzt muss er sich um die Mitte kümmern, aber da kann er nicht viel machen. Also probiert er sich Magic Talker rauszuholen. Das war sehr knapp. Einfach die Clusterbombs in die ungefähre Richtung und Subcutie hat schon ein paar Probleme. Demobilize aus dem State. Oh, Jurontien kommt jetzt. Counterdamage. Oh, und da ist der nächste. Meli Toker fühlt sich hier glaube ich gerade nicht wohl. Schönes Schönen-Refnitz. Jetzt kommt das, was ich vorhin angesprochen habe. Einfach die Fülle. In der Mitte, der Cap. Kerner konzentriert sich auf die Mitte. Es wird wieder der Double Cap für Abshort. Da wollten sie zu viel mit den Kids und zu viel mit dem Rumspielen und zu viel mit vielleicht so Magic Talker, moin. Du bist aber All of Position. Sie wollten halt so ein bisschen wie Orange Logo jetzt tatsächlich Kids über Punkte stellen. Aber das ist ihnen halt gerade in der Situation nicht gelungen, weil die Kids nicht gefolgt sind. Jetzt vielleicht wieder mit Noss Down. Wenn es nicht klappt, bezahlt man halt direkt den Midpoint. Das ist echt so ein contested Midpoint. Auf 4 Fire sieht man nicht so häufig. Das gibt's den nächsten Cap, ne? Ja, einfach durch. 1v1 zwischen Physics und Five Gage sein. Das blaue Team hat sich einen Eroberungspunkt gesichert. Aber anscheinend zwischen Ossi und Five Gage. Das will er. Also sehen wir da jetzt ne Ausrotierung. Ausrotation. Bisher hat Ossi eigentlich sehr viele Probleme mit Ingenieuren gehabt. Ich weiß nicht, ob er das Duell wirklich möchte, dieses 1v1. Vor allem, weil es kein 1v1 bleiben wird. Ja, wir sehen es ja schon. Noss ist da, um ihn da weiter unter Druck zu setzen. Währenddessen der große, große Teamfight in der Mitte. Magic Toker mit dem Fire of Greatsword zieht sich da irgendwie raus. Hat jetzt in Shadow of the Field stehen. Ist unsichtbar. Ist nicht... Ist er unsichtbar? Er ist nicht unsichtbar. Er wurde in Shadow of the Field nicht unsichtbar. Warum? Revealed. Ich bin wahrgerade. Ach, Revealed. Ja, das könnte sein. Mit immer noch gecapped. Momentan das Einzige, wo Dankening jetzt drauf hoffen kann, ist der Lord Rush. Sind die 350 Punkte. Ja, aber da müssen sie erstmal hin. Vielleicht jetzt hier, wenn Fentron nicht schnell genug ist, hat er noch einen Flash. Er hat keinen Flash. Ja, das wird der Full Cap. Schön gemacht. Aber den kann er nicht halten. Aber es muss ja nur in Richtung 350 Punkte gehen, um eine letzte Hoffnung schon mal zu haben. Das heißt, in der Mitte wird das auch schwierig. Es muss jetzt ungefähr 50 Punkte noch, aber das wird schon knapp. 50 Sekunden, bis sie da sind und dann sind wir schon bei 450. 50 Punkte Raum, das geht. Das geht, das geht, ja. 40 ungefähr werden es sein. Machbar ist es. Kommt drauf an, wie viele Storms noch drauf kommen. Aber nicht, wenn sie jetzt hier in der Mitte wipen. Wenn sie die Mitte verlieren, dann ist das Ganze gelaufen. Das müssen sie gewinnen. Wir haben noch die Wayperform. Nein, die Wayperform lässt dann den Cap weg, weil er sich vom Punkt runterbewegen muss. Nein, er wurde runtergenockt, mit Usi. Achso. Ja, okay. Dann war das eine unwindliche Kombination. Ja, richtig. Die Rankin kriegt außen einen Decap. Oh, das gibt Luft. Aber jetzt ist die Frage, ob er Five Gorge da vielleicht noch mal noch mehr kann. Jetzt! Bro, jetzt. Nein, er ist geswitcht. Er ist geswitcht. Oh, das wird fast was. Wir könnten uns gleich in die Richtung bewegen. Wir haben Subcutee schon, der die Tür aufgemacht hat. Jetzt fehlt das Portley. Jetzt wird es sich ärgern, dass er den Mist und jetzt gibt es aber gar keinen Cap mehr. Oh, sie sind noch immer vor 350 Punkte. Und vor allem haben wir jetzt Punkte im Kampf fürs rote Team. Da muss ein Decap auf mitkommen, sonst wird das hier schon gar nichts mehr. Aber ist der Decap auf mit möglich? Nein, war wieder tief und wir wollen haben aber möglicherweise Urantillen, aber wir sehen schon, dass sich hier Nos wieder in die Richtung bewegt. Ja, aber Urantillen hat einen Knockback. Und ist auch so schnell genug, der Decap. Aber jetzt haben wir schon wieder... Es ist halt ein Pott mit mehr als zwei Läufen. Erlöchern momentan. Da muss wirklich an allen Stellen gefixt werden und es ist gerade nicht auf der Seite. Abjord schafft es immer wieder, Leute down zu knocken. Es ist eigentlich die ganze Zeit ein 4 gegen 5, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, und der Corey kann jetzt definitiv nicht mehr Decap werden. Wir sprechen von den letzten 20 Sekunden und dann steht Abjord fest und wir haben als großes Finale Hohenstummel gegen Abjord. Das, was sich eigentlich jeder gewünscht hat und was auch jeder erwartet hat. Und damit lebt der Traum für die Amerikaner weiter, eine zweite WTS zu gewinnen. Und damit lebt der Traum